Schießen. Unsichtbarkeit, unsichtbarkeit, los! Was ist gelb und kann schießen? EINET! Für die Menschlichkeit. Ich höre nichts, wenn du schreist. Was ist gelb und kann schießen? Ja? Eine Banone. War das scheiße, Digga. Geil, ne? War das scheiße. Oh Gott, war das schlecht. Oh Gott, war das schlecht. Hallo? 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 Guten Tag, guten Tag. Sehr, sehr clean die Defense. Ja, stimmt. Sehr, sehr clean die Defense. Der ist so clean, ist der wie clean, Mann. Wie geil, ich bin die besten Spell. Ja, ich habe echt Glück. Ich habe wirklich Glück. Es hätte einfach eine clean die Defense sein können. Ja, 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 aber nein. Was ist denn das, Mann? Ich gucke zu und ich gehe in den Dünnchen. Da passieren Sachen, die gar nicht gehen in Clashwall. Das macht gar keinen Sinn. Es sind fünf Bugs ineinander verschwungen. Ja, du darfst rein.